Okay, nochmal. Getroffen! Ja, das war nicht schlau. So, die laufen jetzt nämlich alle da hinten hin, das heißt, wir laufen jetzt auf die andere Seite. Und dann checkern wir mal. Zwei... Drei, vier... So, den ersten haben wir. Wieso treffe ich denn nicht? Aha. Aha. Wir stehen hier jetzt eigentlich sehr eingekesselt. Na, das ist eigentlich schon sehr dämlich. Ich kann mich jetzt gerade halt nicht mehr richtig wegbewegen. Das ist gerade sehr, sehr dumm. Wir haben nur noch fünf. Und jetzt rennen wir mal kurz ein Stück. Wir rennen und wir rennen und wir rennen weiter, damit wir gleich einmal kurz heilen können. Und... Da ist noch einer. Hei, 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 hei. Sind das nur die drei? Wir rennen mal in die Richtung. Wir schaffen das. Wir umkreisen die einfach 500 Mal. Gar kein Problem. Ich muss wirklich gucken, ob ich irgendwo noch Munition finde. Ja, komm, du hast mich gesehen, ne? Deine sündhafte Seele erfüßen! Nee, ich sterb jetzt nicht. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. So. Und dann laufen wir jetzt wieder im Kreis. Gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist zu machen. Das ist zu schaffen. Der Run ist es. Wings? W 경be jaks. Wings? Wings? Tö, w fils? Dö, w käy. Wings? 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 Wm's? Okay, warte, ich stehe hier gerade richtig scheiße. Jetzt lass mich dich doch treffen. Das ist so Schwachsinn. Boah, hier oben wär auch ein guter Spot gewesen, wa? Sind's nur noch die da hinten jetzt? Das war's, ne? Ja? Wie machen wir das jetzt am besten? Ach, verdammt! Ich krieg dich nicht getaked, aber... Was ist das? Was ist das? Der ist OP, was sollst du mit dem denn machen? Ist das immer der, an dem es... Das ist... Hä? Wie sollst du das machen? Das macht so gar keinen Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn. Ich laufe jetzt einmal komplett außen rum, um da hinten einmal oben rauf zu kommen. Das macht so gar keinen Sinn. 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 Einer weniger. Das macht so gar keinen Sinn. Das macht so gar keinen Sinn. Das macht so gar keinen Sinn. VonОk! Okay, er hat so für mich funktioniert. Schade aber auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja moin, die sind noch ein ganzes Stück weiter dahinter, alles klar. Ja. Jetzt lass mich doch hier durch. Oh loi, wo kommt er denn her? Oh Gott. Hinter mir ist das hier auch offen. Ich kriege eine Krise mit solchen Außenpäußes, das macht keinen Sinn. Wie sollst du denn da heile durchkommen? Du musst ja irgendwie gucken. Wie sollst du denn da heile durchkommen? Wie sollst du denn da heile durchkommen? So. Eins, zwei. Sniper da oben. Hinter dem Gebäude sind noch welche. So, da ist I-Lautsprecher, da ist I-Lautsprecher. Es sind nur zwei. Ich muss den Dude da oben halt irgendwie leise wegkriegen. bei dem ja mehr, da kann mir halt am meisten weh tun. Wenn ich den leise wegkriege, habe ich schon mal die halbe Miete tatsächlich. Ich muss einfach nur Herrn Sniper Snipe down. Er steht auf dem anderen Dach. Ach, halt den Mund. So, eins. Wo werde ich da gesehen? Er geht weg. Also, ich weiß nicht, dass ich da oben 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 da Holy God. Die Verstärkung kommt nach süglicher Richtung. Der Run ist schon mal ein bisschen besser. Das ist ein Scherz. Da kommt einfach ein Dude von hinter mir schon wieder. Wo ist der? Der ist schon wieder gespawnt, Junge. Das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Das geht so nicht. Zwei Sekunden Pause.